Moin Freunde! Herzlich Willkommen mal wieder zu einem ESL Match. Wir spielen gegen unsere Freunde von Virus E-Sports und es beginnt wie immer auf Recovery und heute auch mal wieder mit Henning Grande dabei an den Reglern. Einer Balkon. Gehittet vorne. Ich gehe nicht weiter nach vorne. Ja er liegt da direkt um die Ecke. Wo? Unten direkt um die Ecke liegt er. Warte ich helfe ihm. Nein warte ich. Einen habe ich. Einen habe ich. Das machst du oben weiter? Ja soll ich entgegen gehen oder? Er ist immer noch da. Ja oben. Hint links der kommt hier oben entgegen gegebenenfalls. Komm Muschi wir gehen durch. Unten unten Chris. Habe ich. Geht durch. A lang. Spring rüber. Ich bin brau. Ganz starke Runde. Und genau so muss das auch passieren Digga. Na da dürfen wir nicht lange fackeln Muschi. Fackeln genau. Digga wir führen 1-0. Ja. 1-0. Genau. Ob das ein gutes Omen ist Digga ich weiß es nicht. Jeder hat ein 4 gemacht. Oh mein Gott. Alle sind gleich gut. Ey heute kannst du nicht schief gehen. Komm. Wir haben keinen guten und schlechten im Clan. Alle sind heftig. Krass. Digga guck dir mal das Scoreboard an. So jetzt. Ich mach die Nades äh. Zwischen Red Truck ne Phil. Ja ja. Die ist gut. Die ist gut. Dass ihr da irgendwie durchgeht oder sowas. Aufpassen mit ihr. Zweite Nade könnte ein bisschen verhauen sein von mir. Ich bin Full Stunt hinter A. Oh ich bin gestunt bei B drin. Mark siehst du noch? Ja die Smoken hier vorne. Ja oben ist nix gewesen. War das dein Henning? Nein. Oh einer pusht vor. Rampe. Sven. Ja Digga hier ist bei mir alles. Zwei Stück sind da. Hey Digga ich geh rüber. Ich geh rüber. Ja ja. Helfe. Bombe außen bei A. Balkon. Zauber. Nice. Zauber. Oh ich bin One Shot. Balkon noch. Zauber. Noch 2. 4-2. Komm. Geh. Schäffen. Geh. Schäffen. Letzter. Letzter. Red 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 Red. F. Ja. Rade nice. Schön. Hey Sven. Wenn du das nicht mehr safe hast musst du mir das ansagen. Oh shit. Ich hab doch gesagt. Ich bin Full Flashed und smoke überall. Ja dann sag aber. Sag nicht dass du Full Flashed bist. Sag Rampe nicht mehr safe. Mark. Dann hab ich gesehen. Ne. Ja ja. Aus Versehen auf den Kreis gekommen. Ja ja. Wir stehen da voll offen wenn du. Wenn das nicht safe ist. Dann muss ich nächste Runde ganz raus gehen. Dann bin ich da mal ein Scharfschatz mit. Sag einfach. Rampe ist nicht mehr safe. Da fliegen ordentlich viele Nades. Moomy und Phil wieder. Was denn? Ich spiel gut. Jungs runterspielen jetzt. Du auch. Chris bleib erst wieder dead. Oh Digga jetzt bin ich nach vorne. Achso ok ok passt. Hey ok. Ich wechsel. Ich wechsel. Boah. Ja Sven. Ja Sven. Ich bin angehört. Einer direkt an der Bombe. Direkt an der Bombe. Ja kann ich nicht. Ich weiß nicht. Ich darf ne Nate hinfüllen. Bin One Shot. Hab nix getroffen. Hinter dem gelben Stein. Hinter dem gelben Stein. Hinter der Bombe. Hinter der Bombe. Olo oben. Hinter der Bombe ist nichts mehr. Der ist halt nach links in der Mkw. Boah was wie schnell ich da bin. Ah wie lange. Ist jetzt wieder hinter der Bombe Balkon. Ja hat mich. Noch einer. Zwei Stück da direkt. Alter Jungs man. Ich hole die Bombe. Ja ich bin bei One Shot. Drei. 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 Da ist kein Schaft drauf bei mir. Chris war da hier oben einer? Wie eh Olo. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Links am Stein. Ja nice. Du und du. Zwei und zwei. Olo oben. Ja ja ja. Ja der Henning da musst du helfen Olo. Helf dir. Geh zurück ich geh zurück. Links runter. Runter gestrumpft. Ja fuck. Okay Henning das war Fail ja. Man sorry. Mitte und hinter Olo. Es fällt draußen. Was mach ich denn da. Alles gut. Alles gut. Alles wird kommen. Kann passieren Jungs. Alles gut. Ist passiert. Sorry. Das war mein Fehler. Hennings Runde. Da können wir uns drauf einigen. Denk ich mal. Ja. Ich ziel mit Snipe lang ab jetzt Chris. Okay. Ja. Mit Snipe lang ab zielen. Also sag mir das an. Es darf keiner Rampe kommen. Ohne dass du mir das sagst. Ja. So weit drauf ist kannst du eh gucken. Ein bisschen schwierige Lichtverhältnisse habe ich hier auf mir selber gemacht. Wieso schieß ich da los? Alter. Weiter geht's Henning. Henning. Weiter geht's. Henning. Rampe down. Oh warte. Heftige Nets. Der ist noch hinten am spawnen. So kalt. Einer Balkon. Die hab ich noch nie gesehen. Er muss sich die Rampe. Bommel down Balkon. Bommel down. Vor der A Bombe. Ich übernehme Henning's Posey. Ich übernehme Henning's Posey. Balkon Treppe. Noch drei. Fünf drei. Will nicht erschrecken. Hallo. Auf zwei. Mark ich geh aus Auto. Ja. Vito du kleiner Lümmel. Hinten am spawnen. Geht Richtung eigener spawnen. Rechts rum. Guck mal nach links Mark bitte. Dass keiner Balkon kommt. Da aber letzter. Ja. Ja so ist perfekt. Kann ja eigentlich nur noch truddeln. Oder so rumgucken. Balkon. Ja. Ist hier Balkon runter. Wollen wir die Kille noch? Eine Seite hab ich halt. Sauber. Ja. Ey. Stest dein Lade Phil. Komplett. Stest dein Lade Komplett. Wer gaunert den Kille. Halt. Ah. Klausär da. Oh mein Gott. Erst den Stein durchflügen da alter. So die Dierks Tour reißen und dann mir den Kille weg. Gatter. Konzentration oben halten und dran bleiben jetzt. Ganz wichtig. Ähm. Ich mach. Es steht immer einer an der Bombe Mark. Kannst du da dann gleich vielleicht naden? Einer will auch die ganze Zeit runter. Die stehen immer zu zweit. Komm ich mir überhaupt nicht vor bei uns ne? Nee. Ey Muschi. Ich bin immer die ganze Zeit angehittet ey. Ist davon auszugehen. Ja dann. Schalt mal nicht raus. Ja doch. Ich schaff's immer. Schade. Oh was er snipet mich? Holo oben. Oha. Der schwebt da oben. Ok. Holo hinter Holo. Der schwebt hinter Holo. Oh hinten links am Stein Chris. Jetzt war ich zu forsch. Ja das ist ok. An dem Auto. Ja. Klassiker. Ich frag ob der flog schon oder nicht. Hinten am gelben Stein. Ja ich muss warten. Warte. Die beiden sind rechts außen. Chris sonst geh mit vor. Ja. Hinten Sniper. Oben Holo. Durchschieben. Sniper an der Säule. Ja genau gewesen. Ok. Du musst erst den oben Holo ziehen. Bevor ich mich dahinten kümmern kann. Der ist hinter Holo. Der Sniper wieder. Die lässt mal oben. Der hüpft der die ganze Zeit rum. Noch alle leben ne Jungs. Noch alle leben. Ok. Amateurhaft. Ah zwei Mitte. Kann nicht gelegt werden. So sneaky. Hinter dem gelben Stein. Ne. Versuch einfach. Du musst versuchen. Zu legen. Sniper jetzt down. Ich hab auch noch einen. Hinter mir Rampe. Rampe. Die alle oben. Ah hab mich. Ah egal. Alles gut. Ah da waren wir zu wenig. Schade. Ja der schwebt da. Muschi. Bleib gleich erstmal im Red und warte. Das ist richtig eiskalte Hände man. Ja oder stell dich hinter den LKW oder so. Weiskalte Hände. Ja ja. Ich finde wir benutzen schweben viel zu wenig. Da kann man echt zum Teil ganz schön krass benutzen. Ja der schwebt oben Holo auf jeden Fall. Aufgehorscht jetzt komm. Du schweben hast ja nicht lange was von eigentlich. Ja klar. Aber wenn man es richtig benutzt. Das stimmt ja. Wie ich den Kalltag dazu. Kalltag hat eben vorher auch gemacht. Auf der anderen Seite. Jetzt hier wieder langer. Laufen ne. Ja. Ja Muschi ich leg mich nochmal ran. Oben Alter Catwalk fällt. Oder Henning. Catwalk? Ja ok warte. Den hole ich mir. Hab ihn hab ihn hab ihn. Ok ok. Ich gebe da Rampe. Einer sitzt noch unter. Ne zwei. Ja. Einer aufm Weg zur A. Und unten Balkon jetzt. Oh ich bin auch nochmal angenaded. Der sitzt an der Treppe der Muschi irgendwo. Der ist immer noch. Ihr schmeißt sofort Balkon die ganzen Nades die ganze Zeit hoch. Henning ich mach mal ein bisschen Druck oder? Nein 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 nein. Kein Druck. Lass sie mich legen. Lass sie mich legen. Lass sie mich legen lassen ja. Guck mir noch einen. Lades von Red. Lades von Red. Ja einer schwebt hinterm Red. Ja hab ich gesehen. Eine Rampe? Ja. Noch einer da. Er hat mich an der Bombe. Ja jetzt Druck jetzt Druck. Jetzt hau der auch ab. Ja jetzt. Einer legt. Einer legt. Einer red. Oh mein Gott. Läger hat genau geleckt mit dem jetzt konnte er mich holen. Oh mein Gott. Kannst nichts machen. Monster lag. Was ist los Phil mit der Leitung? Hä? Was ist da los? Wieso? Geleckt hat. Kurzer kurzer. Keine Ahnung das lag nicht an mir. Ja. Ok. Dann lagert der nämlich gleichzeitig. Ja. Henning und ich in unserer WG. Bei mir jetzt auch natürlich. Ok. Dann bist du auch in die WG eingezogen. Ich bin auch dabei ja. Es lag nicht an Phil. Komm. Ah Jungs. Kein leichter Gegner das dürfen wir nicht unterschätzen. Ja. Amushi ich bleibe jetzt erstmal defensiver. Mach wie du meinst. Geh vor Henning. Erstmal Red dann werfe ich auch Nades gegen uns an. Ja sonst gucken wir dass wir uns die mal krallen. Sauber hab mich nicht gesehen. Weil der Stipe hat ja auch nicht unendlich schweben. Sam pass auf. Ja. Er ist nicht hinter diesem LKW. Er ist nicht hinter dem LKW Chris. Er ist bei mir hab ihn. Ja aber ein Link sollte da irgendwo einer sein. Ja ich geh erstmal ein Stück zur Seite. Ich bin da unten im nächsten Teil. Du bist schon durch. Jetzt kommen hier nämlich Nades. Abgehinter. Ich seh aber auch nichts Henning. Geh ich mal unten rein. Immer noch. Ich bin links. Oh mein Gott der ist unten drin. B. Oh er oben. Dieses durchgehende auf A. Das bringt noch nichts. Das ist scheiße. Sollten wir auch lassen. Boah ich bin so gehittet. Oh nochmal. Noch 3. 4 gegen 3. Ich platziere jetzt. Ja. Phil du knusperst doch Mark weg. Nein 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 nein. Hinten am Stein. Hinten am Stein. Ich bin grad hier vor. Oh mir yellow. Oh mir yellow. Ah. Krampfe. Oh mir yellow. Und unten yellow. Nein. Oh diga. Ich bin im red gefangen grad. Ramp jetzt vollständig. Jetzt müssen wir dran bleiben. Komm. 3. Noch. Komm wo der def def used. Dann unten bleiben und bleiben. Dann habe ich dir da auch lassen. Sehr schön. Oh diga. Wie scheiße war das denn einmal hoch springen müssen. Wie SC gott wurde ich hab' Er er eben hoch springen müssen. Ja. Exo mitgenommen heute. Ganz ganz tolle Abschusskamera. 1 und 3 war das sogar, ne? Ja. Richtig toll. Das haben die auch nicht so clever gemacht. Hallo, anstatt sie schlecht zu machen. Mach mich doch einfach gut. Ich mach jetzt auch mal ein bisschen defensiv Muschi von hier hinten. Ich werfe erstmal Nades und so. Hebt euch mal ne Nate noch auf das Weg A legen Sven drüben. Ja mach ich jetzt. Aber pass auf, jetzt kommen ihr Nades. Ich bin One-Shot, ich zieh mich immer zurück. So, okay, gut. Boah, ich bin gestunt. Boah, ich gut One-Shot bei der Nate. Unten auf dem Balkon ist auf jeden Fall einer. Jetzt mogen sie ja alles. Komm, Henning, ich geh rüber, ja? Der hat mich richtig hart an. Rampel! Nate! Noch einer an der Bombe. Zwei an der Bombe. Und Yellow. Ja, zwei an der Bombe immer noch. Jetzt einer. Ist abzählen. Bombe noch nicht aufgehoben. Und von hinten bei uns aus dem Spawn. Auf Holo. Und von hinten bei uns aus dem Spawn. Auf Holo. Guck mal, wie das ruckelt. Wie komisch, oder? Bad, 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 bad. Jungs, zwei Punkte, ganz, ganz wichtig jetzt. Kommt, Jungs. Kommt, Jungs. Die smoke ist gleich am Anfang, Jungs. Ich geh gleich durch und versuch schnell zu platzieren, okay? Ja, ich bleib dann Last Man. Schön def. Aber geh dann vom Bombenplatz weg, Sven, ja? Ja. Bleib dann dead und schmeiß noch ein paar Samtex hin. Ganz hinten. Gelber Stein. Ja, warte, ich schmeiß Nades hin. Pass müssen auf Yellow auf, Marc. Ja, oben, Holo. Jetzt schmeißen sie noch Nades, einen Moment. Lange legen können, Digga. Ja, ich versteh's nicht. Jetzt bist du... Wo du legen kannst. Boah, Alter, wie viel da hinkommt. Oh, normal. Ja, die schnell machen, schnell machen. Ja, ich bin im Run-Shot. Ich kann nicht legen. Soll ich? Unter dir, Marc. Ich seh das. Unter dir. Ich versuch, ich versuch. Ich seh auch, wenn er unten durch ist, Marc. Den kann ich dir ansagen. Oben, Catwalk, schwebt einer. Okay, jetzt müssen wir eigentlich nur noch zurückgehen, Digga. Ja, man. Komplett zurück. Oben, Catwalk. Oben, Catwalk. Was zielst du ab? Noch sechs. Ja, kommt Tor. Man. Oh, Digga, Nate. Oh, Leute. Zwei, sechs. Ja. Das war ein bisschen zu viel. Ja. Versteh nicht, was wir heute so schlecht spielen. Ja, dass es irgendwie fehlt da so ein bisschen der Abschluss. Also eigentlich gut, aber es fehlt der Abschluss. Und bei allem, wir lassen uns dann zu billig holen irgendwie. Ich steh da Kacke dann im Spawnen, Alter, wenn ich frei will. Wieso wegbrezeln? Egal, komm, letzte Runde holen. Warte, wenn sie Waffe Nades werfen. Ja. Werf die hier über Rampen, oder? Ja, klasse. So, ich bleib erstmal hier. Angehettet einen. Habe auch einen angehettet. Diese Nate von so K, Alter, die ist so verwertet. Boah, ich bin auch nochmal angehettet, Alter. Ich geh rüber. Ich geh rüber, ne? Zwei Nades. Okay, Schwebe. Es schluckt und schluckt. Einer steht vor A, oder hüpft hier irgendwo rum. Ich bin unten, Yellow. Rampe, Rampe. Geht wieder zurück. Okay, Balkon, steht einer. Ja, Juni, der hat Bombe. Alter. Krasse, Nate. Was? Alter, drei, fünf. Ja, Juni, der hat einen. Wer lebt denn da noch? Ja, drei gegen vier. Ja, vier zu sechs auf Recovery. Ja, Freunde, ihr seht, noch war jetzt nicht so gut für uns. Wir müssen natürlich nochmal reinhauen. Jetzt kommen wie gewohlen erstmal unsere Map Horizon. Da versuchen wir natürlich aufzuholen, das kennt ihr das Spiel. Und ja, wir sagen danke fürs Zuschauen und freuen uns, wenn ihr gleich auch wieder dabei seid. Macht's gut.